Und Kinder sind wie Besoffene, weil die akzeptieren nicht ein Nein. Die sind so... Ich so, ich bin scheißegal, ob dein Bruder da drin ist, du kommst ja auf gar keinen Fall an. Dann sagt der so, mein Bruder ist auch da drin. Sag ich, in welche Gruppe geht dein Bruder? Verrat's mir mal. Dann guckt der seinen Kumpel an und sagt, jetzt hat der uns gefickt. Die stresst, einer kotzt, wie Besoffene. Ich rufe die Mutter an und sage, Allah, der hat Hausverbot. Richtig frech, der eine sagt, du warum komm ich nicht ran? Ich sage, Mord, du hast nicht mal Schuhe an. Kennt ihr jemanden, der feiern geht ohne Schuhe? Der sagt, du Hund, du, ich hab da für Stopposocke, guck. Von Null auf 100, Null. Bitte. Die Jungs, sorry, geht nix. Die sagen, scheiß auf deinen Laden und auf dich. Die laufen weg, die sagen, wir wollen hier nicht rein. Ich sage, warum jetzt auf einmal? Der sagt, wir haben gehört deinen Shisha-Kratz.